Guten Tag, schön euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. U und S. Oh, die ist cool. Sieht schön aus von den Farben. Ja. Ich nehm grad noch ein bisschen auf, damit die Leute auch sehen, wie man sich in die Wüste. Bonus-Material quasi. Ja, cool. Das ist das Weihnachtsspecial, weil zu Weihnachten bringen sich alle Leute um immer. Genau. Was bringe ich dann am 24. raus? Ich glaube, da war gerade ein Bug, weil ich glaube, ich hab dich getötet, du bist umgefallen, aber dann hast du dich gleichzeitig geheilt und warst auf einmal wieder da. Das sieht auch geil aus, finde ich. Sag mal, was juckst du einfach auch? Wie oft haben wir jetzt diesen Besieg-Bildschirm schon gesehen? Ich weiß es nicht mehr. Wir wären bestimmt voll die Pros in dem Spiel, wenn wir uns nicht die ganze Zeit selbst umbringen würden. Ja, wir sollten uns das alles mal aufheben. Warum bin ich denn jetzt hier hinten? Sicherheitsabstand oder was? Kann man das eigentlich auch aufladen? Tatsache. Oh, das ist ja geil. Mach mal SA oder AS. Das sieht auch geil aus. SA? Ja, und dann auf dem Boden, also mit Rechtsklick. Auf dem Boden? Ja, also Rechtsklick auf dem Boden. Mach mal. Weil dann hast du das hier. Blöp. Und dann glitzert das danach so. Warte, das müssen wir mal gleichzeitig machen. Oh, Entschuldigung, warte, das war jetzt was anderes. Ja. Drei, zwei, eins. Unser Christmas Special. Ah, das ist... Das ist cool. Ah, das ist diese Schutzwand. Ja. Und du kannst das Ganze noch garnieren mit S, also D, S, E. Ah, guck an. Ich weiß zwar nicht, was es macht, aber es hat mich auf jeden Fall aus den Latschen gehaunt. Was hast du denn gemacht? Ich hab keine Ahnung. Ich glaub, das war die Explosion von diesen Dingen. Kann das sein? Äh, das kann sein, das weiß ich nicht. Ja, das war die Explosion von diesen Dingen. Toll. Kann ich ja nicht wissen. Warum beschwert man die um sich herum, wenn die sowieso explodiert ist? Äh, da haben wir schon wieder so eine Technowaffe da oben, dein Toilettenstab. Toilettenstab, genau. Das ist doch die Zeitreise-Toilette. Das wäre echt witzig, das kann man doch zaubern auf die Gegner. Und dann schießt man das von der Ferne. Äh. Oh. Ich war nass und, äh, da kommt der Blitz dann nicht so gut. Warte, 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 ich brauche unbedingt erstmal WA. Erstmal belebe ich dich wieder. Und dann Schutzschild. Riechtet mich wieder um. Es war ein guter Plan mit dem Schutzschild, ne? Gut, was können wir denn noch probieren? DfE. Oh cool, DfE. Baaah. DfE funktioniert auch für Feuer. Warte. Johan, gibt es da auch in der Zeit noch sterben? Da liegen schon lauter Kadaverwärme. Lauter Tentakeln. Ach, sag mal. Gut gemacht. Warum bin ich denn jetzt gestorben? Ich wollte dich wiederbeleben, aber ich habe irgendwie irgendwas Falsches gedrückt anscheinend. Du warst wahrscheinlich Schutscheln gehabt oder so. Das stimmt ja, wenn man nass ist, darf man ja nicht. Warum starte ich immer weiter weg hier? Warte mal, geht auch DRE. Tatsächlich. Und wenn du jetzt dagegen läufst? Eisklotz. DQE funktioniert. Ey, es geht mit allem. Probier mal DAE. Äh, nein. Was auch immer du machst, nein. 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 Ha, äh, schnell, schnell, schnell. Ha. Langweilig. Äh. Halt dich lieber, schnell. Das war knapp. Ach, komm schon. Dann. Das ist, äh, da, 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 da. Na, halt, das ist erschwert. Nachdem ich gestorben bin. Aber okay. Ähm. Was wollte ich jetzt denn ausprobieren? Ich wollte DAE ausprobieren. Ne, das geht nicht. Guck. Ach, verdammt. Ha, ha, ha. Jetzt sind wir also nur wir beide. Ich mache jetzt ein Steinmaschinengewehr, was nicht funktioniert hat. Ach, ja. Sag mal. Wo ist das jetzt wieder hin? Das sieht doch weihnachtlich aus. Dich. Wieso heilen die eigentlich dich immer mehr als mich? Das. Ah, okay. Das geht so nur in eine Richtung. Äh, was kann man denn noch für schöne Kombinationen ausprobieren? Ne, das geht nicht. D, S, A. D, S, A. Das schwarze Ohr, gell? Ja. Warte mal. Ich will mal ein paar Kombinationen ausprobieren. Was haben wir denn noch? E und R. Oh, das kann ich machen. Was macht das denn? Äh, da will ich nicht reingehen. Oh, so. Was war das denn? Das ist ja mal geil. Donnerkel. Geiler war das. Donnerkel. Ja. Also QF. A, S, A. Q, F, A, S, A. Genau. Sorry. Schon okay. Da sind jetzt zwei Curry-mäßige Fleischpfützen. Probier's nochmal. Also was war das? Q. S. Q, S. A, S, A. Äh, Blödsinn. Q, F, A. Q, F, A, S, A. Und dann. Warte mal. Ich muss das jetzt weglassen. Q. A, S, A. Und dann die Leertaste? Nee, der will das nicht. Irgendwas mache ich falsch. Warte mal, ich gucke mal kurz nach. Ja. A, S, A. S, A. Ja. Ah, doch geht. Uh. Das ist eine heftige Attacke, wie ich finde. Ja. Aber schön. Die müssen wir uns merken. Ja, ey, du siehst ja, wie unglaublich gut ich bin da drin. Das kann ich mir garantiert merken. Mit einem Kampf, du bist am sterben. Und ich warte, wie war das nochmal? Q, Q. Q, F, ja, das geht nicht. Q. Um. Ultimative Scharen. Was war das denn? Diese Steinwände, die man dann zerschießt mit diesem Donnerkeil. Oh, ups Ach, heftig Sieht dir mal an, was für Stäbe da schon rumliegen Ja, wir sind überhaupt nicht oft gestorben oder so Oh, verdammt Ey, cool, wie habe ich denn diese Kristalldiamanten-Dinger gemacht Das sah gerade gut aus, wie es dich so zerrückt Warte Gesprengt hat Ah, nee, warte mal So rum Nee Ah, da mal, so macht man die Nee, doch nicht, wie machst du die denn? Das hier? Ja Q-R-E Ah Cool Einfach mal alles rumklicken Das ist ein Spam Wer stirbt zuerst vor? Beide Wir sind gleichzeitig gestorben Wie sah denn das aus? Das ist ein schöner Moment, um das Video zu beenden, glaube ich Würde ich auch sein Sonst werden wir uns die nächsten zwei Tage noch hier umbringen Gegenseitig Ja, wie kommen wir hier raus? Aus Verbindung unterbrechen müssen wir Ja Das ist ja doof Oder wie gesagt, mit dem Stein D-D-D-D-D-D-D-D Tschach Na gut War sehr lustig Ja, fand ich auch Also ich fand es durchaus sehr, sehr lustig Können wir gerne wiederholen, wenn das gewünscht wird Genau, schreibt es uns einfach mal in den Kommentaren wie es euch gefallen hat, was wir noch ausprobieren sollen für Kombinationen wie ich noch XDQM Hose umbringen soll Was soll das denn jetzt heißen, also bitte nächstes Mal, ich trainiere jetzt einfach total und dann bin ich nächstes Mal super der Beste, das wird zwar nicht passieren aber Die Roben möchte ich euch noch ganz gerne herzeigen, was es so gibt Panzerrobe und so weiter Da können wir ja uns einfach Ja genau, wir machen dann einfach wieder ein zweistündiges Video Wir wollen uns die ganze Zeit selbst umbringen aber jedes Mal mit einer anderen Robe Das ist bestimmt eine super Sache Na gut, vielen Dank fürs mitkommentieren und euch fürs Zuschauen Jo, vielen Dank Man sieht sich Jo, ciao